Herzlich willkommen im Stream an alle Leute. Willkommen im Stream, Stream, Stream. Sleeping online? Nein. Leon und Luis sind online. Nice. Luis lebt mich selbst gleich als erstes Party ein. Letzte Earth and Starling. Neu. Du bist schon mal Phase 0 neu? Das war's. Alle, die mitzocken wollen, können alle beitreten. Herzlich willkommen an den Stream nochmal. Voll, what it takes. Wow. Hallo. Hallo. Bist du noch in einer Runde? Soll ich leften? Kannst du. Okay, trittst du mir dann in die Gruppe. Okay. 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 gemeint. Du bist so leise, dass man es nicht versteht. Herzlich Willkommen im Stream an alle, lasst alle ein Abo da, lasst ein Like da und teilt den Stream. Fehlheben Atas, hahaha. Du gehst immer YouTube überträgt einen Stream. Gerade die Benachrichtigungen bekommen. Ah ja. Was? Seid ihr beide witzig? Hä? Das war kein Witz, ne? Das war kein Witz, ne? Lasst alle ein Abo und Like da teilt den Stream. Ich weiß nicht, was das immer heißt, was da steht, aber guck einfach, ob ich da eine Mode machen kann und dann ja, lasst alle ein Abo und Like da. Max Nagas, kann ich mitmachen? Ja. Oh Gott. Och, Skari Mari, Alter. Schwimmen war so cool, oder? Das Schwimmfest von der Schule aus war das krasseste, wo ich war das immer so scheiße. Nein, das war cool. Ich habe gerade Shadow Grenades. Ich habe keine Shadow Grenades. Ich habe gerade einen Jump-Held liegen gelassen habe, was ich von ganz oben gesehen habe und da auch hinlaufen wollte. Wo ist denn hier die Chili? Hier ist kein Chili, Alter. Oh, eine schöne Schulte sehe ich hier. So einmal schön die Challenge zu machen. Das Spiel ist voll cool. Was stehen welche? Weil ich will ja nicht kämpfen, ne? Hab ich gerade... Ich bin eigentlich ein Liederfahrer. Tag. Der ist gedrückt, oder? Hä? Hä? Tja, er hat dreimal Hedgehog getroffen. Haben wir das gerade im Stream gesehen? es kann ein hacker gewesen sein alter ich glaube ich habe einen sonnenbrand weil mein rücken brennt gerade als ich ihn gekratzt habe man ich habe einen jahr nicht so bist du vielleicht das mal hier damit können wir den wind kanal und dann geht es weiter mit dem kanal ich kann dich nicht erden kannst du mich erden hast du es natürlich erde ich dich jetzt wieder wenn mich am liebsten spur hey ich hab dir sogar geholfen Womit? Absolu-absolu-eine... ...art auf der... ...die Wenzletter. Okay, danke. Visitalat... Och, Mann, vorher suchte ich dir ein bisschen, was das heißt. Na, Digga, warum treffen die alle Headshot, Alter? Irgendwann ist das nicht mehr witzig. Was ist her, dass da keine Falle war? Och, Digga, jetzt bin ich hier auf den Baum gelangt. Ich muss so n... Okay, mein Epic schreibe ich mal eben in Chat für alle. Und danke, du Harsohn. Danke, dass du es hier reinschreibst. Dann habe ich nämlich einen Grund zum Melden. Hassrede... Was? Die Zone kommt? Ja... Ähm... Fili Bro, ich grüße dich, Digga. Grüße gehen raus, Digga, Fili Bro. Sammy, lass mal einen live, ja. Brinkton YouTube oder so. Willkommen im Stream, das ein Abo, das ein Like, der Teil ruhig, den Stream Freunden und so. Wie ist das, du schild oder so? Äh, das nehme ich nicht. Ja, jetzt hat er mich nicht gesehen, oder? Grüß, komm mal bitte. Ja. Da, ein bisschen weiter. Wer macht die ganze Zeit den Schwulen? Ich hab nichts gegen Schwule, aber der Tanz ist hier ehrlich. Der ist einfach bin. Heiler. Ja. Danke. Klar, danke, ihr Mann, die Wixen, YouTube oder so. Ich hab halt gar kein Heel mehr. Ich glaub, da liegt Loot. Ja. Boogiebomb, die nehme ich mit. Boogiebombe. Hast du mir Pektikumon gegeben? Äh, das war ein bisschen wenig, oder? Du hast mir zwei gegeben. Jetzt noch drei. Wow, Alter, wie das scheiße Winkel. Kann nein, oh nein. Wird nicht gefunden, kannst du nochmal, Aiden? Spurhaard ist 5600. Sie sehen mich rollen und... Sie lieben dich. Ich bin ein motherfucking Poel. Alter, ne? Schreiben, wenn wer was bei dir im Stream schreibt, ne? Schreiben die das auch alle falsch gefühlt? Alles? Irgendwer schreibt im Chat, kannst erstmal mit ein N. Abonniert auch mit ein N. Wird nicht gefunden, wird mit T. B. Mann, er heißt Le... Leven. Aiden hat damit E geschrieben. Kannst du das mitnehmen? Ja. Und 280 Meter wieder zurück. Noch 200 Meter. Kann du mich... Ach, Alter. Abonnieren mit U. Kann... Ein dunkler Tryhardy. Ja, kann ich machen, wenn du mich abonnierst. Ey, hier sind wir hier... Ach, ne, doch nicht das ein Schüsse. Hey, wer baut denn die Bolle hier mal 50 Leben ab? Ja. Bist du das? Ne, ich brauche die eigentlich immer ganz klein. Wir haben hier einen in der Runde der Gamebot, pass auf. Hat das extra gemacht, okay. Ja, kann ja sein. Nein. Ich kann nicht nach der Runde werden warten. Ich habe halt keine Sniper, ne? Sollen sie hin oder sollen sie hier bleiben? Achtung, ne? Ey, jetzt habe ich dich gehittet. Da hinter der Ruine auch. Hätte ich einen Schuss, ich würde ihn headshotten. 100 Euro drauf, Digga. Ja. Wie viel Air Muni hast du? Äh, 126. Nachlade? Ja. Kannst du mir 40 geben oder so? Achtung auf'n Baum, ne? Auf'n Baum? Ach du Kacke, Mann, war das peinlich. Auf'n Baum, das raffen halt so wenig Leute, dass man den Schüssen einfach weggehen kann. Aus so ner Distanz. Und dann kannst du machen und dann noch wegrennen, wenn er auf dich snackt. Ich geh links auf die, okay? Kommst du mit? Sonst sind wir tot. Da ist auch noch einer. Ey. Oh mein Gott, Digga, haben die Elbenbrot. Ist der Winter noch an? Ja. Ich hab'n Kehl bekommen, hä? Ach ne, doch nicht. Bist du auch im Winkkanal? Ja, aber nicht. Hä? Von wo denn? Ja, ich bin tot, Alter, komm. Sonst passt die schon wieder, ne? Wie er mich wieder bekommen kann, Alter. Es ist doch so behindert. Die ganze Zeit ist niemand da. Ah, du, ah, du, ah, du, ah, du, ah, du. Vol' mir, bekommt mich, wie, bekommt er mich von hinten kommen und nichts können. Ja, das ist bestimmt wieder derselbe, der die ganze Zeit mit Lagerfeuer rumlaufen kann. Jakob lädt mich Party ein. Die sehen mich rollen. Ich bin von Polen. Ey, motherfucking Polen. Die sehen mich rollen. Alter, krass, ey, das ist vom Gegner, Alter. Los, go. Alter. Ach, du Kacke. Bauch, Bauch. Hallo? Hallo. Wow, guck, erster Kildiger. Von überall. Ja, guck mal, erster Kild von denen. Wie schlecht die sind. Warte, der mich. Er schießt einfach nur rauf. Digga, warte. Warte, guck mal, wie schlecht die sind. Ja, das meine ich ja. Er schießt einfach nur rauf. Was ist das denn? Was ist das denn? Muss beide Updates noch machen. Nein. Wer ist denn das jetzt? Was? Ey, ich auch. Ich lade mal Party ein. Warte, Luis, drück mal nicht bereit, bitte. Ich lade die beiden mal Party ein. Dann können wir kreativ da diesen einen Modus spielen, den Trimax gemacht hat. Doch, der ist cool. Da, wo man sich als Pflanze oder so machen kann. Ich weiß. Ich mein das nicht, ich weiß nicht, ich bin guter Kamerast. Ich lade die. Dann lass mich nicht mit den Trimax machen. Ich nehm meine Madlu. Und dran bist du, noch lange mit 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7, 8 und 9 und 10, 11, 12, 12 und 14, 15. Eine, meine, mu. Und dran bist du, du bist wie eine Kuh, also bist du. Oh, war ich auf Great Lines? Nein, ich war's. Eine, meine, mu und dran bist du, du ist mehr. Eine, meine, mu und dran bist du, Stahlblow. Wer hat sein Headset so... Das ist ja super, Irgendwann. Jetzt spielen wir erst eine Runde-Runde-Dier, Alter. Oh, Alter, Digga. Der eine hat sein Headset so hart auf den Rauschen. Swiss Lion, bitte einmal im Spring Maiden. Jakob, trittst du bei? Digga, dein Headset nervt mich. Nein? Nein, das war nicht gemein. Digga, ich meine, oh. Ja, kommst du jetzt mal? Alle bereit, alle bereit. Swiss Lion, wenn du bereit machst, dann fliegst du. Man, Spur, Hades. Spur, Hades. Spur, Hades. Ich hab dich nicht geedit, also schwimmen wir nicht mit dir. Muss ich jetzt wirklich auf Privat machen? Weil... Ach, Alter, ne? Spur, Hades, 5600. Ja, so, ne? Ja, so. R. I am this. Da, 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 da. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh. Wuh, wuh. 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 Luis, wie viel gucken dir gerade zu? Keine Ahnung. Ich guck mal. Ich guck auch. Null. Wuh. 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 Ich guck auch. Wuh. Wuh. Ich guck mich. Ich guck mich. Oh, ne. Ach, Afghanistan. Ne, lass mal. Ist das die? Hm. Das die Divert. Ich guck mich. Ich guck mich. Ich guck mich. Oh, my haters. Oh, my haters. ständen hallo ist das paypal drin digga hier sind so alles doppelt in dem haus zweimal halbautos neid an nun zweimal grüne graue piste hab abonniert und gleich danke bro ehrenmann digga johkert der langweilige umgang klaus gilt haben wir den gegner wollen wir den softpack hier softpack bei mir den gegner ne ich hatte kursiert ein hit ein starten Weißt du? Boah, sie ist los. Hä? Du hast 11 in Fio oder so? Ich habe keinen für die Füße zu treffen. Ich bin nicht nur für die Füße zu treffen. Ich bin nicht nur für die Füße zu treffen. Ich bin nicht nur für die Füße. ja ich auch zwei mal eine halbe schnelle 3 ja Ja, komm, magst du den Modus etwa nicht oder was, den ich vorgeschlagen habe? Doch schon, aber ich kann das auf kreativ. Ja, mhm. Der mag seinem Bruder sagen immer kreativ. Wenn wir jetzt einen Win holen, dann darfst du entscheiden und sonst darf ich entscheiden. Hey, ich komme, und ich komme, und ich komme, und ich komme, und ich komme. Ich nehme jetzt meine Kleider klaut, Alter. Ich gebe dir meine, ich gebe dir meine, wenn du willst. Nee, ist egal. Wo bist du? Hier, Tyler. Danke. Kann denen. Ich schwöre, wenn man mal dieses Scheiß-Infaserie gewährt. Ich habe immer noch keine AR. Ich habe zweimal halbautosnipers immer noch keine Farben. Hat irgendwer Sniper oder so? Nein, ich habe keine Sniper. Nie, oder? Wie viel Chests sind hier? Ach, eine, oder? Zwei. Geile Musik, Alter. Hier ist ein Tag, Luis. Ey, Tyler, Ligger. Was? Das ist mir einfach mal die Massen geklaut, Alter. Nein. 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 Da ist nichts draus. Da kam eine graue Tech raus. Digga. Wahrscheinlich kann auch nur Dinge, es kann immer eine Frau Tech müssen. Und da kann eine goldene Kompat raus. Was für Digga, lügt nicht. Ey, wie heißt du? Geil, wie heißt Tyler, oder meinst jetzt in-game, Alter. Wenn ja, dann los. Ja, ja. Tschüß. Also inganken lasst alle ein Abo und ein Like da. So heiße ich ingame. Ja. Was bringt dir das? Er geht doch. Haha. was das ist so behindert der ganze so behindert der neue abo ist da danke vincent lupinto einer von schluss die sind halt so lust ich kann auch überhaupt nichts machen ich hab nur scheißwaffen der eine packt sich überall durch darf ich mitmachen wir spielen mit join einfach rein macht die gruppe auf öffentlichen wir spielen jetzt kreativ diesen modus der für trimax gemacht wurde und ja das war spaß wenn wir den einheit nicht hören ist er bildern ohne streams neun hat er bin heute gestern gemacht ich bin zufällig ja ok man weiß nicht ob man die map ist noch da dieser dieser warte wenn wir startet ne ich starte ja ist drin ist drin startet ich hab gestartet ich hab das noch nie gespielt ne they see me roland mit diesem teil kannst du entschießen joel agir können wir zusammenspielen oder will dir meine story erzählen ok ja join ruhig rein ey ich muss suchen doch schlag nicht mit der spitze oder mach doch einfach mach mal schlag mal gegen ne wand hier kannst du jetzt mal ja du kriegst einmal fix war wo ist hier du kann man kann sich als jeden möglichen gegenstand sein ich hab das gestern auch schon die ganze Zeit gespielt ja hat nicht irgendwer gerade gesagt er weiss nicht was es ist genau aber wer noch fehlt oder hat niemand gesagt das ist nicht in 8 sekunden hören wir euch aufzunehmen aufzunehmen tschüss rolle niger muss man ja um zu gewinnen müsste Münzen sammeln warte luis hier vorne oder so entweder hier oder woanders ja jetzt weiß ich nur ist links 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 hier drin hier draußen meine ich hier drin Mülltonne der ist ja behindert ich höre Jakob gar nicht doch hier hinter mir hier hier Jakob stehen bleiben Mann Digga Jakob das ist doch behindert alter ich werde gemobbt vor allem das ist so unnötig ne hör mal bitte damit auf das ist behindert vor allem ich hab dich halt gehört das erste mal dass es funktioniert hat also es wurde mir auf der karte angezeigt ne also ihr dürft stream snipen wenn ihr euch versteckt habt dürft ihr ruhig stream snipen aber die anderen halt nicht ne die sucher nicht du bist luis 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 macht mal das teil was vor mir steht nimm mal bitte das ja bleibt da stehen so und ich bin jetzt unter dir bleib mal irgendwie stehen ich bin jetzt unter dir hier ich suche mir aber ein anderes versteck mir auch ok wir dürfen kommen ne kommt ihr schon ja ok ja ihr könnt einfach beitreten wie mach ich das weg dass ich kein busch mehr bin einfach einfach auf das andere einfach auf das andere du guck mal was bin da kommst du den spielst du dein mädchen so behindert ne ja stimmt er ist aber in dir vorbeigelaufen er stand auf mir ehrlich nein lol wird dahin ich habe luis ist so ein lacher von louis würdest auch schon sagen dass ich vorher heraussteche oder hallo ibrahim erde hier geht es gut und hier in frage Ja, wie süß. Ihr findet uns einfach nicht, Alter. Ey, verpiss dich, du scheiße Mäde! Toll, Mäde ist auch so behindert, ne? Scheiße, hab ich mal kackt. Digga, wer ist das eigentlich? Heide, bist du nötig? Hallo? Ja, Digga, du! Heide, du sagst, wir sollen nicht weglaufen müssen, das war nicht blöd! Ja, Münster holen! Jetzt Heide, weg! Digga... Kann man hier rein? Ey, das ist doch fies! Äh, schwimmfest oder nicht. Mann, ich möchte... Du, Digga! Vor mir standen beide einmal auf mir und Jakob... Ja, ihr dürft alle mitspielen, dass alle ein Abo da. Wie warst du da auch? Ja. Bist du da immer noch? Nein, ich bin weggelaufen. Ehrlich? Ja, ganz. Ja, das ist ja möglich. Vor allem Jakob, ne? Du schießt durch alle Pflanzen außer durch mich und Luis. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Ja, ich werde dir nicht fest... Luis, gib mal einen Tipps! Ob du am Haus oder im Haus bist. Am Haus. Was dran? Oder innen. Bruh. Vor allem, wenn man so eine Tomate ist oder ein Kürbis, wie ich, dann verkackt man es halt, ne? Das ist voll schwer, dich denn zu treffen. Hm. Ich wollte da irgendwas ausprobieren in die Hundehütte. Vor allem, dein Mate war auch wirklich völlig lustiger. Ja, ich selber mit dem Bumbo und die Luft. Es ist eigentlich... Weiß ich nicht. Ich hab mal neuer Hände. Ja. Ja. Bitte nur Swiss mal suchen. Ey, ich muss suchen. Ich will schon wieder... Äh, äh... Ich glaub, du bist halt... Ah, du bist halt... Leider. Leider. Oh, ich geh mal Pomponi hier. Jakob, weißt du, was wir machen müssen? Du kannst hier den Wohnwagen nehmen und darunter kannst du dich als Pflanze verstecken, wenn dein Mate den Wohnwagen macht. Digga, weil man irgendwo gegen sich stirbt, wann oder wie? Und gegen schlägt, wann gegen schießt nicht. Ich weiß. Hä, hier, alter wär's da so dumm und läuft hier rum. Ja. Ich steig irgendwo in die Richtung. Mein Mate. Läuft immer noch rum, oder? Ich suchte schon. Ja. Ich find jetzt nicht mehr. Wow, digga. Was war er? Was war er? Äh... Reif. Wow. Und bewegt sich aber was? Alter, du bist so behindert, ne? In der Tat, das stimmt. Ich frag's dir auch, ob ich bin noch früh, schon. Wo ist jetzt in dieser Garage drin, hier? In der Garage? Bist du so eine Garage drin? Nein. Hä? Oh, wer weiß. Ich hab ihn gehört, deswegen. Wo war er? Ja. Ja, hier. Äh, hinter der Scheune. Ja, dass man das die ganze Zeit angucken muss, den Punkte starten, ne? Ja, ist da zu lange. Ja. So. Ich mach den Modus eigentlich hier. Ja, du darfst mit... Ja, ich muss mich verstecken. Jakob, du auch, oder? Ja. Ja, komm, Jakob! Warte mal, ich kenn hier so einen Trick. Jakob, guck mal, wo ich bin. Mann, wann geht denn das Tor hier endlich auf? Jetzt, Helm, ist schon auf. Hä? Ach so. Oh, hier läuft die ganze Zeit einer von euch. Ey. Dein Mate. Oh. Ich kann auch laufen. Soll ich mal machen? Tanze. Die werden mich eh nicht finden, Jakob. Ich hab das selbe Teil, was du hast. Ehrlich? Ja. Glaube ich, oder? Ja, ja. Ich hab mir auch gehört. Ich schmeiß Tomaten auf den Mate von Luis. Nein! Ich fand, dass man da nicht runter kann, das ist halt manchmal auch Tatsache. Hä, du lebst noch, Jakob? Ja. Kannst du da drunter? Wow. Er hat dich gesenkt. Er hat dich gesenkt. Wow. War voll cool, Mann. Alter, mein Mate ist so scheiße, Mann. Ja, Mann. 1 vs 1, ok? Nein, ich mach kein 1 vs 1, noch nicht. Was war das? Lass alle in Abo und Like. Der war gestern im Shop da. Ehrlich? Ja. Ja. 200? Ja. Aber von Depp, oder wie? Lass alle in Abo und Like. Ja, bitte sei kein Hunter, Digga. Ey! Ja. Ich bin schon wieder Hunter. Ich bin am häufigsten Hunter gewesen, glaube ich. Ich und Luis waren einmal. Ich und Jakob waren einmal. Ich bin schon mal. Ich weiß, ich weiß, attön... Oh. Dreimal. Jonas! Du warst ja schon draußen? Wir kommen im Stream. Hallo? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Jetzt ist es offen. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. 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 Hier ist wer? Big Bosan habe ich gefunden. Schön. Ich glaube, hier hinten war das eher... Hier? Irgendwo? Schieß mal nicht. Warte mal kurz. Abhören. Lol. Hier, das holst. Vierteiler. Alter, das wüsste ich mal nicht. Hä? Hattest du nicht schon einen, Luis? Ja. Aber es ist hier gerade noch einer gejoint. Okay. Mit einem HP, oder? Nee. Von wo kam das? Ich kann das nicht hören, weil hier die ganze Zeit ein Schubgeräusch ist. Mir wird das hier an der Karte auch nur angezeigt. Das ist gut. Das wird immer... Immer voll. Der Zweck hat beide ungefähr sieben Meter an mir vorher gelaufen. Okay. Jakob ist draußen vor der Tür. Jakob ist irgendein Friedrichshahn. Was ist das? Ach, scheiße, Mann. Du move. Aber das war gar nicht so schlecht, oder? Nee, du move. Bist du gut, du? Warum bin ich jetzt so weiter? Wir spielen immer noch Hunters und Props, Alter. Da dürft ihr alle mitspielen. Ich habe nicht in Titel geschrieben. Eins wird es eins. Jeder kann, der will. Ich spüre mit den beiden, die ich in den streamen bin. Oh, Luis, guck mal, was ich bin. Ich kann mich nicht bewegen, Alter. Das hält bestimmt nicht auf, was ich bin. Digga, wirf ne Boogie-Bomb. Juhi, Juhi! Say sorry. Sorry. Ich will das nicht mehr. Ich schieße. Ich schieße. Und hier fliegt wer? Boah, Alter, mein Rücken brennt so hart, ne? Ja. Du lebst doch auch noch, oder nicht? Ja. Hö, Hö, äch lå, agu. Ich höre halt euch nicht mal. ihr werdet mir nur die schüsse der mir nur angezeigt die frage das ist doch so behindert du wurdest gemeldet erleiten warum wesley lassen aber lassen leiter teil den stream ruhig natürlich leidner niemals des leiten heliger louis hat mich halt verraten ich habe gesagt dass du da noch gar keine schritte oder gar nichts die ganze zeit schon gemacht dank wesley ich kann es mal die merken es nicht alter deine mails sind auch so inkompetent sie tanzen alter ach so peinlich ich glaube jetzt trifft er dich irgendwann mal doch nicht dreh dich mal ein bisschen luis die gehörte mauf heute hi hi otto haben wir jetzt überhaupt ein kill geschafft der modus ist doch langweilig finde ich jetzt nicht ihr dürft ruhig mitspielen nein schreibt hier gerade einer ich muss schon wieder suchen was hat der ziel das hier gemacht hat eigentlich von inventarsortierung mit zocker apex okay denn trotzdem noch viel spaß vielleicht guckst du ja weiter noch den stream und sonst wünsche ich einfach nur viel spaß ich hab so ein scheiß verstecken hier sehr ich bin gehört warte dann bleibt wir im stehen das hören das hier im haus oben draußen sein der sollte eigentlich hier drin sein ja das ist das teile hier an der wand ich weiß dabei stand einfach eine normal man die ghaar wässer es ist gut Digga ich bin doch so mies bin ich mies Digga ist der behindert man war das die Pflanze? weiß ich nicht der hat sich grad zum Flamingo gemacht dieser Swiss hieß der Louis ist hier glaub ich auch immer eben hören ja der ist im Haus oder am Haus oder auf ja kann man ich guck mal in wie kann man denn aufs Haus drauf ja ja du ist auf dem Haus ja du ist um drauf glaub ich nein warte mal oder hä ich glaub das ist unter uns hat man hier redeploy Louis ja ja hat man ja wow digga aber aber was ist Louis nur ich bin auf dem Dach ne wie kann man das Dach auf an der Seite über die Tür kann man da rauf er ist da ich seh ihn ich hab dich gefunden hab ihn hab ihn nicht auf vier Leute gefunden hä sind wir sechs Leute hier nein gucke weiter zu ok danke dafür bitte bin ich jetzt einfach nicht der scheiß suche alter ja cool ich hoffe ja ich ja ich krumm drei Leute unten links auch ich glaube spielen richtig viele mit ja suche ich nicht alter er hat sich selber getötet wie dumm kann man denn sein alter Jakob digga mein Teil ist so behindert ne ja Louis kommt jetzt bruh oh mein gott digga ist das legendär 100% ich fall nicht auf ich bin runter gefallen von meinem versteck digga hallo hallo hi wo bist du hallo 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 ich bin immer noch im selben Raum Max lebt nicht Party ein hallo 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 nö lad mal einer bitte Max ein ja und die Gruppe ist trotz äh die Party ist trotzdem auf öffentlich da meins ist eh das krasseste versteckt von allen Jakob guck mal im stream zu ich guck dir so du das ist ja meine absolute burn du Max wie findest du mein versteck guckst du grad im stream zu Max ja ich war ja ich war eben drinnen guten Tag auf jeden Fall auch herzlich willkommen von meinst du das kann man auf das Dach rauf kommen ja nein das ist so du kannst dich als sowas verstecken mal ach so das ist so wie man das gab es immer auf diesen minecraft server da du ich weiß nur dieses eine spiel da in holzblöcke verwenden konnte ja oder in oder in werkbänke oder so ey was ist das für ein lacher digger trifft einfach headshot moslem aha die willkommen im film lassen abo da lassen ich war eine kleine bierflasche hinterm kissen hinter kisten oh alter ich mach mal auch gehen schnell in stream an ne ich hau den Lachs ich hau den ja hat er eh er hat sogar was im chat geschrieben also ich hau den Lachs Lachs ey ich such hier grad mit irgendeinem der nicht sprinten kann toll wer Käfer entlang schlonda du auf pia wo bis fünf vier drei zwei eins let's go ich stelle die war gelme hat jetzt auch wieder gestartet hier ist wer irgendwo was aber man darf sich nicht mehr bewegen oh mein gott wer war denn der tisch und bewegt sich noch neben mir ja den hört man ja sorry irgendwer ist gerade bei mir super chill ich guck mal eben bei internet wie die dings hier wie das spiel max ich muss grad suchen und du kannst dich als verstecker und so machen dann kann ich da gucken ja dann guck ich bei dir dann weiß ich wie hey du bist um die angezeigt hallo ich bin noch nicht verbunden jetzt jetzt 0 zuschauer ja er kann gerade gestartet ich auch steckt die idee wird ganz klar erst mal weiter lassen warum bin ich in hoffen warte mal mein youtube das ist ja mal das kasseste versteckt was gerade gefunden habe hier einfach ich habe mal eine kleine frage was für ein knopf muss ich tun um da reinzukommen also einfach beitreten nee ich meine jetzt oben in sohn oder steht es doch was hä wer ist noch in eurer gruppe ihr seid zu viert weiß ich nicht ist doch egal wir sind zu wehler wir sind zu 6 nee hä 5 ich gehe mal mit einem kreditsmuster warte mann die gar jetzt noch kein miesen die draußen hochkopf hier gelaufen wir sind dann sind so zweifel flamingos hatte so warst du erst der busch ich hab oh gott ich stehe wir sind auf der runde da vorne ist eine von den vorgestellten maps max ja lasst alle namen like da dürfte alle mitspielen dass man mehr gerade quittet max city betrete insel und der 1 und 2 geht mal irgendwie ein tipp oder die hütte nehmen nehmen von der hand das sind die genau die vor die ich habe doch gerade angesehen ja da war der erste becher er ist welche würde er auch gedacht oder spielst du heute nur prob an nein ich spiele nachher noch ein blick und alles soll das alle hätte er guckt auch bei mir zu ne max ich kann mich verstecken kann man sicherlich so ein bisschen vertreten ich bin ich hier rausgeflogen was ich höre die ganze windgeräusche wenn wir schon richtig lang bei mir ist gar nichts jetzt könnt ihr so schon suchen und ich habe mich noch nicht mal versteckt schnell verstecken hier man doch die tür schon offen jetzt jetzt ist die tür offen ja ich bin eben rausgeflogen ja abonniert mich wieso spanisch damit ich habe das als schulfach auch noch nicht im stream alter spanisch auch noch mehr max ich habe gerade gar kein verstecken ich sehe es gut dazu kann mich eh nicht holen können keine gegenstelle kaputt machen ich kann ruhig tanzen hier kriegt mich nicht achten kacke digga ja man weil ich runter gesprungen bin ich konnte nicht machen ich habe gewonnen du hast gar nicht mitgespielt leer da und naun lassen ab oder lassen like da ich muss suchen jetzt bin ich zu besucher voran erkenne ich das auch schon in so einer höhle bis zum waffen hast du kannst du jetzt nur etwas machen irgendwer läuft hier jetzt schon rum digga ja komm in der richtung irgendwie ja ich weiß warte es sind zehn sekunden ist es offen fünf vier drei zwei eins und jetzt geht zudem hin ich bin richtig gut versteckt ja hier bewegt sich schon wieder einer ich bin so scheiße ja der war ja auch ich glaube hier drin ist noch einer hey wer schießt denn da die ganze zeit wir müssen euch ja suchen hier ist keiner mehr hier ist keiner mehr ich bleibe jetzt die ganze zeit ich habe es nicht funktioniert hat aber es war voll ist okay also ich wollte das hoch springen und so große reifen und dann muss ich nicht der reifen einfach nicht ja ich finde es einfach gut digga hier wohnt mir doch gerade was angezeigt man du bist du hast es geilste alter das ist das im haus ich mach mir jetzt ich mach mir jetzt ich mach mir jetzt mal richtig aufhören ich kann das nicht hitten ich kann halt jeder hinten von egal wo was ist das was ist der props und levin levin ist online levin hat nämlich geschrieben hat alle da lassen lassen was gleich was ist das das ist props und hand hast da kann man halt props müssen sich verstecken kann gegenstand machen und die anderen müssen halt suchen und hören die schritte alle fünf sekunden wenn ich bin ich kann mich wieder verstecken mit big bosan und mit ist das hier ist das vor mir jacob guck mal was ich habe ich muss sagen was da los jakob die tüde gleich auf ich bleibe da hat man ständig mal hier an glaube ich daran nur das ist die klopapier ist da stehen hier oder hier der müll da bist du drin max wir machen übrigens ohne streams leiten magst du wahrscheinlich nur geschlagen oder so ne hier habe ich auch dann diese schaden warum weil du nicht schlagen lassen das ist unsere ganze muni halt ich bin so los ja okay ja wo wart ihr ich war innen drin dich dieses wissen hier und der hohe maja erst da wir waren auf alle drei geholt wenn du mich und jakob er wenn du jakob oder mich gefunden hast denn was eigentlich auch nicht mehr schwer das lädt immer noch ja gehst du auf das ist jetzt schon warum muss denn immer zu lobe ist und logisch ein freundlich dann würde ich dann würde ich das machen dafür ja ja ich denke ich kann mich verstecken ich mich auf mich warum denn auf sich und ich wünsche wieder verstecker alter wer ist das hier wer ist die litte agentin war ich kann mich endlich rein selbst leon ist raus gegangen dann machen wir keine ha 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 musa das ist voll der loser hier ich hab's nur wegen dem pingen hört ja wow, Tyler findet ihr eh nicht und wo ist Max? Max ist hier tidak día más Max ist hier LOL und Tyler sieht hier Ich bin deine schöne Blume Baby gib mir den Nektar weil mich kann ja so schnell geil abhauen Richtig Jakob da die tic 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 was gut da ist keiner wenn du ich ne best du machst das gut ja danke dass ich das gar nicht gut mache ich weiß dass ich das gar nicht gut mache wie alt bist du Jakob auf dem Hintern? 13 auf was? hinter dem Haus? hinter dem Tisch jetzt kässt er euch der Boom Bogen alter Tyler Tyler plant den find ich nicht ehrlich? ja den findest du nicht hundertprozentig nicht nee Jodi ich glaub ich muss auf Chloe ich bin oh Gott ich muss eben kurz jetzt bist du schwul? nein bin ich nicht habe ich auch vor ist eigentlich nicht ich bin das ist hinter einer blume wieder ein kürbis ich gucke einfach durch jetzt ich und meine freund ich und meine freund sind bund 9 was heißt das sind halb und neune blumenvase am zaun in einer blumenvase am zaun hinter mir sagt doch einfach nicht dann laufe ich die ganze zeit rum alter flamingo jetzt ist er mit dem bücher ja ich jetzt so scheiße ist das schön was wir uns den epischen 53 sekunden und 50 was ist das so klein ich kann mich eh so schwer hinten da kann man nicht mal hinter ja danke soll ich noch im haus oder wo aus dem haus auf dem haus kannst du dann bleibst du da auch ich kann es jetzt natürlich für ein abo nein okay das lasse ich lieber oder bist beides und ist auf dem haus hinterm stroh an der schäune hinterm stroh ja bei big man ist der beste dank der glaube strafe wir haben schon gewonnen ich war hier hinter jacob ja ich war geworben tschüss hau rein hau rein schmeckt richtig fein auch mal verlassen kein bock mehr okay dann klicken wir raus wie heißt der modus den wir gespielen hat props nee du ich weißt wie der modus heißt bei tixler let's play magst du spendier dir eben aufrufen ne nein kick mal kick mal jakob kann ich nicht exklusor ich bin nicht mal bei dir moderator max nein 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 oh sorry da bin ich sauer bei luis glaube ich auch nicht wird gemacht jetzt bist du moderater bei mir ist niemand moderator hey doch ich bin bei dir ich glaube direkt weg machen warte ich kann mal kurz gucken max bitte erstmal raus bitte ey sag hallo emsa super fiesse luis guck mal kannst du den modus auswählen ist bei dir auch da so ein du modus okay ich wusste nicht was das heißt deswegen ich fahr gleich wieder ne da bist du ich guck mal in luis ob ich moderater bin mach dich ready ja ganz stark ne ich bin die moderater ich bin echt die tolle spieles also das seh ich jetzt nicht ein okay ich muss jetzt auch nicht mehr ich mach dich jetzt auch weg von moderater hey ich kann's doch machen hm 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 muss er direkt hier wollte ich jetzt was geiles schreibt noch mal was rein warte mal ja jetzt bin ich hashtag street style hashtag street style like wird auch da gelassen und dann was du hast du direkt bei dir läuft ich habe fünf likes ein dislike hallo niklas sehen wir nicht gesehen hallo auf jeden fall so jetzt weiter er hat fliegt everywhere der super fad fad das ist wer ich habe voll verkackt ich habe nicht geguckt und meine muss ich hier noch ein auswuchs spenden um mein gott das tut weh mein spaß ich guck mal wo ich gelandet bin einmal einmal kurz ganz stark weiß riesen todel zählich wenn jetzt wirklich kasselabend sind ja eine karten es ist nicht sogar erst bei mir alles kann bei dir nichts mehr reinschreiben ich habe den einen mit akkab ich stehe über der lava um mein gott ich finde ich finde ich meine anderen sehr gut das ist wieder ein trio da ja ja kommen johannes ich bin zu klonen jahre oder eine verliebt in meine guckeneite in meine guckeneite jonas mein prognost tnt 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 es ist schon wieder wochenende habe ich gerade gemerkt oh 61 abos ein abo ist schon wieder dazugekommen oh mein gott oh und wie viel hast du schon dazugeguckt leider 100 irgendwas jetzt muss ich aber natürlich den satz sagen danke für den krassen support ich muss levelmove machen bei mir steht unten links im chat jacht im 99 chido oh oh junge danke luis dafür herzlich willkommen an bord der msc deutschland abonnieren sie alle den kanal tixer let's play youtube genau genau boah tyler hör doch auf man das ist louis nein das ist tyler ja ja man das ist ehrlich louis ich mach doch louis sein zu auf du hast du lang mhm mhm ach louis was ist das das rostmeister trio let's go nächste runde ähm let's go das sie das sie mal ok mein leute wir gehen heute mal wieder die das müssen wir aber eigentlich woanders fliegen ja ja hier kostet das oder was du bist schlecht in fortleid oh ja wenn du fortleid wenigstens richtig schreiben würde er schreibt es klein f o r t n i e t weißt du was können dir nochmal 300 sekunden in der du nachdenken kannst was teile teile du spielst auch kommt pro ja und trotzdem brauche ich besser als du teile ist ja ganz schön wird seit 300 sekunden ich vergib mich so schnell 300 sekunden aber levin wenn der im chat kommt direkt 100 sekunden ok nichts wir kommen rein schreibt hallo 300 sekunden ich habe gestern gesagt levin soll mal werbung mal ein stream machen dann schreibt er da rein habe ich habe ich gesehen dann 300 sekunden erstmal du bist so cool 300 sekunden das ist wenn du ein spieler blockiert er genommen blockiert zu den für 300 sekunden dann kann er nichts im chat schreiben die blut gibt ihm block gibt ihm block bitte bis zum abjahrne der mutter muss ich aber ganz schnell werden die kunden geben kappen ein habjahr ab der mann was man spielst du nicht oder bin zwar kein knecht aber hallo levin ist halt auch immer ein schieben ich weiß nicht warum aber helfen wir mal wenn wir so mal die wir zocken können natürlich wie oft muss ich dann noch sagen kommt mal aber dann wird immer natürlich das ist wichtig bei mir war ja bei max auch oder was jetzt bin ich schuld oder was ja nicht zu losing gegangen um den zu helfen wenn das ist kind du bist ja doch einfach in meinen schien gegangen weil der ist keine die beste ich bin ich bin ein russkind der gg an dich losgehen da haben wir noch bei mir oder nicht nur levin ist einfach levin ist einfach oder ein zuschauer hast sie ist eine über über die ach du kannst ja der andere ist los louis er bewegt sich nicht die mann alle so schlecht ja ich gucke doch doch hallo ich habe ich habe max zugeguckt jetzt kann mich mal einer hochholen gleich von euch und ich habe auch abonniert max max sagt dreimal dass er louis das mädchen geben soll ich war auch mal schnell fokussiert hast du noch wenigstens magst du mich mal bitte hoch ich bin ja ja beim neustart bus das war ein alter merkt man wie oft max fortleid ich bin so müde ich habe mir die hälfte gegeben mal 400 von einem 500 warum weil ich ja ja muni brauche aber nur nicht 400 digga 300 digga nein Ich hab dir die Hälfte gegeben, kann mir irgendwer Pump-Muni geben? Nö. Oder Metz? Ich kann dir 5 geben oder so. Max, gib mal Metz. Es kommt der, hier ist der wer! Hier ist in dem Gebäude hier vor mir. Max, du kannst da reinlaufen, Max. Das ist deine, okay. Ich bringe mir ne Pack mit. Hab ihn. Brrr. Hat er noch irgendeine Munition für mich oder so? Tylee. Perfekt. Soll ich dich abonnieren? Abteilgermann, Bass wäre sehr nett. Tylee. Ja, ich komme. Geh mal bitte Pump-Muni und Sniper-Muni. Und Metz bitte, ich hab gesehen, dass einer von euch beiden mehr als 1500 hat. Ich nicht. Ja, dann Luis. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, Luis, der geht auch noch ein bisschen. Der geht auch noch ein bisschen. Max, die mal Pump-Muni. Hä? Junge, ich hab 125. Und 15. Und 15. Mal Pump-Muni bitte, Max. Gut, dann gönntst du dir jetzt erst mal schön 300 Sekunden. Irgendwann an der Stelle. Kannst du mir jetzt mal Pump-Muni geben, Max? Äh, Pump-Muni, ja, natürlich. Ich war grad auch wieder auf Menschen. Ja, man merke ich irgendwann schon mal. Du bewegst die ganze Zeit. Ja, sorry. Also, ich war jetzt schon wieder auf mein Tatschüttchen. Also, ich war jetzt schon wieder auf mein Tatschüttchen. Mein ich hätte dir eben... Sorry, ich kann hier nicht so langen, sondern auch mal Tatschüttchen. ja man ja wenn irgendwer eine beleidigung einschreiben block levin die auf der eine eben rein geschrieben du hast von eben nehmen das den kommentar und so was erzählt mit dir ich habe den auch noch nicht schlecht bin ich bin im bau lachen max ist bei dir wäre du opfer bist voll schlecht hat er geschrieben ich frage immer noch ob bei dem gegner sind welche richtung level du weißt was los ist das ist jetzt levin so ein job immer leute zu kicken die beleidigungen schreibt hallo ich liege hier versuchte reinge zu können ja max ist das not gehen bei mir ja hier sind ganz viele noch kennt man kommt doch mal ich habe auch schon eingeführt ich bin ja auch im kämpfen gut hab ihn Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh Gott! Digga, er spammt den Chat, er denkt auch, das hilft irgendwas, oder? Ich hab die ganze Zeit vieles Sound, Digga. Er schießt nicht! Laufhin, guck mal, mein Wax, bitte. Oh ne. Ist meine Granate, ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ich hatte voll Angst gerade, Mann. Ruhig, ruhig, bitte. Digga, hier ist so ein Crop. Geh mal nach Tögel und nimm mir ne Schockgaden mit. Boah, bei mir ist es so laut gerade. Ne Kombit, bitte. Max, ne Kombit, ist sie, äh, pump, ne? Mach, ne, ne, mach, ne, mach, ne. Welche? Da. Da. Ah, Max. Jetzt links, links, links. Ja, da. Okay, los. Äh, haben wir alles? Haben wir alles? Ja, der Max, ey. Haben wir alles? Juhu! Wie wird man Mods? Ne, mannett ist höflich ist und ich dich den privat kenne. Hier war gerade ein Gegner bei mir, Max. Nö, ich hole dich nicht hoch. Wenn ich will, kann ich gar keiner mehr hochholen im Spiel. Soll ich mal drücken? Ich hab eben auch hochgeholt. Ich hab ja nur gesagt, dass das kann. Ja. Kann jemand noch ein Ding ist? Hat immer noch Schild? Äh, ja, Weißleben? Medkid oder so? Irgendwo mal gesehen? Äh, mein Medkid hab ich eben weggelegt. Also mein Medkid hab ich für Luis eine Waffe weggelegt. Nice. Hat auch richtig Hoffnung gehabt, dass der Aim hat. Da ist einer, ne? Warte, 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 ich komme. Diesen Chat gleich vor. Mal kurz. Ich bin halt nur im Fight. Haust du ab? Durch den? Weil ich komme zu dir. Nein, ich bin im Kampf mit dem. Ich komme zu dir. Komm auch. Aber, aber ich hab halt keine Muni mehr. Wo sind die hin? Sei mal leise. Ah, hab ich. Ich könnte mir Muni und Metz geben. Weil ich hab auch nicht viel. Bin ich nicht Muni. Ja, Muni kann ich dir was geben. Ah, er. Danke. Max hat fast voll, äh, ah, er Muni. Ich weiß. Darum merkt man, dass er ein Ehrenmann ist. Ähm, wenn ihr mit mir zocken wollt, dann müsst ihr mich erst mal auf Epic Games adden. Wäre irgendjemand. Und eins gegen eins mach ich nicht. Warum nicht? Doch, mach mal eins gegen eins. Ja, ich hab einen guten Grund, weil ich bin einfach scheiße. Du bist eh safe, lieber deswegen. Ja, Max, du hast die Filt. Was für Scheiße, Digga. Ja. Alle abgeschafft. Ich hab Fickels. Kann man. Also, ich will ja nicht sagen, dass es so leicht ist. Aber kommt irgendwie drüber. Nein, die war vorher hart. Alter. So leichte Gegner habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das letzte Mal seit ich mit Finjas gespielt habe. Okay. Highlights bei G-Mann. Also fliegt jemand. Ja, geht bei mir. Auf dem Wunsch. Gott sei Dank, sagt man, was du mal zu. Ja, sehr gut. Da sind welche. Ja, Gott. Im Gott, Digga. Wie viel. Einer. Sein Maid ist abgehauen oder so. Headshot, Headshot. Wo sagst du? Hat kein Schild mehr, ne? Flieg mal bitte durch die Bahn, das ist so dumm. Ja, ja. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Hinter uns sind auch noch Schüsse, Luis. Hat den. Hab einen. Hinter uns sind noch Schüsse. Hinter uns kommt ein Borler. Max, komm. Max, weg, 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 weg. Komm mal wieder nach Böse rein. Ja, ja, Junge hinter mir ist ein Borler. Ja, ja, Junge hinter mir ist ein Borler. Fabian, warum hast du eben nicht? Wir haben es halt nicht geredet. Wie? Komm mit dem Windkanal zum Teiler nach oben. Ja, warte. Und verschließen. Ohr, Mann. Nein, ich hab's nicht geschafft. Wenn ich das gewollt hätte, Luis, dann hätte ich das eben aus dem Himmel gemacht. Hey, da ist noch wer mit Shadow Grenade? Da ist noch wer? Äh, da. Ja, hier sind noch die Dings. Komm mal, welch? Ach, Digga, Ghost Pieken geht so behindert aus dem Highground, ne? Lass alle ein... Like... Aimen auf. Nächster Kill 10 Euro. Null. Wo, in meinen Chat geschrieben? Ja. Ja, bei mir hat einer Nächster Kill 25 Bröse rein geschrieben. Aber das sind meistens Faker. Nö. Digga, mein Aim ist gerade so am Feier, ne? Der, wenn du das gesehen? Nein, nein. Der läuft auch noch einer. Alter ich bin so im Ziel, Alter. Irgendwann ist nicht mehr witzig. Machs, versuch' doch noch einer. Machs, versuch' jetzt mal hier hochzukommen. Ach du, du bist schon hier oben. Ich bin doch hier. Komm, komm, du bist jetzt hier. Hä, jetzt bin ich da... Ja, wie soll ich denn da hinkommen, Jungen? und du hast geleitet ihn. Ich kann nichts placen, das ist doch behindert wieder. Ja, du mit deinen 32 Leben, du Noob, Alter. Komm, schnell, kann mich irgendwer einbauen und wir bleiben versuchen. Ich bin, ich bin da. Ja, man rift 10 Euro, wenn du winn wohnst. Ticker. Wäre cool, wenn ein Abo und Like da lasst. Okay, Max, versuch zu überleben. Ich habe einen Rift, sollen wir riften? Hab den einen! Ja, der war das, der Nova. Ja, komm, rift, rift, rift. Komm, rift, rift, rift. Komm, rift, rift, rift. Ja, looter, ja. Jetzt sind wir tot. Highlighting, rift, rift. Rift, rift, rift. Komm, rift, rift. Komm, rift. Nicht hell, leiteinlösen. 31 Lebeniger. Ich habe 10 HP, das wäre ein bisschen kritischer geworden. Ich habe Kill bekommen. Ey, lass mal hier drauf landen, das ist meine Base alles. Wo? Das hier hat irgendwer hier oder so. Äh, ne. Nein! Oh, ich bin hier fast aufgefallen. Cool, keiner hat hier. Alles in Low. Ey, es sind höchstens noch zwei Gegner. Äh, ich soll die von einem von einem Gegner sagen. Ich soll die von einem von einem Gegner sagen. Ich soll die von einem von einem Gegner sagen. Hier unten oder so? Ja, Max, was soll ich sagen? Äh, ne, der eine hat gesagt, dass, äh, mein Schritt ist, äh, du ihn nie wieder blocken willst. Wer? Wer hat das geschrieben? Ähm, Abdel Rambas. Was? Und dann, du ich sie best, du kannst mich adden und dann, äh, kann ich dir, können wir machen. Mach dir schon mal in der Zone, die Zone kommt nämlich. Du hast kein Gleiter. Ich hab auch keinen. Ey, ihr liegt hier nicht runter, Digga. Aber wir sind. Einer wird bestimmt. Achtung. Oh Gott. Oh, die sind aus. Oh mein Gott. Komm mal zu abseilen, abseilen. Was für abseilen? Wie geht das? Wie geht das jetzt? Ich sag, Max. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich hab nicht hier. Hier bei Tyler direkt. Ey, herunterschießen, dann sagt doch wenigstens bescheid ich bin so laut. Ey, was? Digga, ich gebe ein Hit, alter. Ja, du bist du auch überwunden. Einer säger. Komm ihr gewinnt, das. Komm ihr gewinnt, das. Ihr gewinnt das. Tyler! Ja, Minis! Ich bin jetzt! Wow, Digga! Hey, das ist auch so ein Luis! Luis, komm! Er hat Rocket Launcher. Wow, Digga! Er gibt dir einen Headshot. 100 Euro drauf. Oh mein Gott! Es tut mir leid, wenn ich den Namen nicht gehe, die Ausspräche, aber... Cool, ich habe ein Geschütztor! Ja, wow, Walter, zwei Kids! Zwei Kids, sechs bis 20 Leben? Dein Ernst? Ja, wie habt ihr mich bekommen? Ja, mit einer Stinkgranate. Muss auch noch dazu sagen, ne? Oh, Mann, warum sind wir schon wieder zweiter geworden? Dann werde ich zweiter. Immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Immer wenn es Zeit wird zu gehen... Das ist unfassbar. Nein, ich habe keinen Spenden-Link, noch nicht. Aber wenn du PSN-Code hast, kannst du mir auch anschreiben auf Insta. Was spielt jetzt alles mit noch? Kevin. Kevin und, äh, Fabian? Hier, da kannst du mich anschreiben und den Code dran schreiben, falls du irgendeinen Code oder so hast. Okay. Ich bin auf jeden Fall Ehre, aber... Ja, dann hast du eben 4er-Squatch für ihn, ich komm gleich wieder. Alles gut. Mach das Reven! Fake that! Also, ich bin Level 60, Digga. Ich bin 68. Ja, Leven, du spielst ja auch jeden Tag 3 Stunden mindestens. Aber... Also, ich bin Level 15. Ich will meinen 2er-Code machen. Und mal was, weil er zurück ist. Junge, was ist denn mit euch? ich bin wieder da kann ich mich und dann ja und dann lernen weil ich seine schulfach haben wer war noch mal party leader ach ich bin ich bin party jetzt kann ich mich wie der king fühlen wenn es irgendwer nervt klicke ich den eh sofort aus der party ich glaube ich bin ein trimmer toni ich bin ein himmer toni habe ich auch gesagt hast du gar nicht zu september toni verstanden gleich wieder weiter raviolen die juli kommen so viele leute mit als wenn die alle keine hobbys magst du bist doch nicht ich dachte da werden gegner gelandet das war war mei ich glaube bei mir ist wer i can break ja erst hier die druck zu wissen was er nutzt du mich ja er ist so low und unten 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 er ist nicht gegner level er ist so low chill ja natürlich levert er mich klar um drei Leute zu nehmen levert ist doch nicht den scheiß ernst ich hab auf den einfachen Spiel ich habe wieder ich habe drei oder vier ich möchte noch eines sagen warte warte warte